Mmh, Gold schmeckt wirklich gut. Was ist los? Jemand muss mich hier rauslassen. Sind das goldene Donuts? Hä, das sind nicht deine? Gib mir einen reiche, Lady. Gah, wo bin ich? Warte, ist das mein Wohnzimmer? Jemand muss mir helfen. Die würden aus Gold besser schmecken. Hä, was ist denn da drüben los? Du streichst die Gitterstäbe? Gefällt's dir? Ich hab eine bessere Idee. Ja, Madame? Sie zerstört meine Gitterstäbe. Hier, für deine Mühe. Nur ein bisschen anheben. Warte kurz, ist gleich offen. Gute Arbeit, Mister. Echt jetzt? Keine Gitter? Oh, ich hab noch Gitter. Aber die sind viel leckerer. Ich wette, ich kann sie alle essen. Mmh, so weich. Das gefällt mir. Gibst du mir einen? Nö, alles meins. Happy Birthday, Emma. Danke. Ein ganz normaler Tag. Oder doch nicht? Für mich? Danke mir selbst. Bester Geburtstag aller Zeiten. Die Torte ist nur für mich, hm? Und mit Beeren, die mag ich. Dann verliere ich mal keine Zeit. Das gefällt mir noch besser. So cremig. Ha, doppelter Angriff. Die Gabel würde mich nur aufhalten. Eine Tischdecke für meinen besonderen Tag. Wie schön, oder? Das hab ich noch vom Mittagessen von gestern. Oh, hey. Mr. Mouse. Komm, feier mit mir. Da ist ja das hübsche Gesicht. Heute ist mein Geburtstag, weißt du? Nur für dich. Nichts ist schöner, als den besonderen Tag mit der besten Freundin zu verbringen. Mh, lecker. Redet sie mit einer Maus? Mensch, ich könnte wirklich einen Snack vertragen. Hm. Jo, Security. Wenn Emma ruft, komme ich sofort. Dann essen, liebe Gefangene. Mit extra Käse, so wie du ihn magst. Das war's dann auch. Griechischer Salat? Genau, was ich wollte. Käse. Käse? Was? Oh, ekelhaft. Eine Fliege? Oh, die gehört mir. Oh, komm schon. Werd einfach kurz langsamer. Im Ernst? Ha! Jetzt ganz langsam. Hab sie! Die Fliege. Sie ist hinter mir. Ah! Ach, das ist nur eine kleine Fliege. Oh, die ist aktuell, hm? Ah, meine Bestellung sollte schon längst hier sein. Yes! Hast du meinen Cheeseburger? Du willst Geld? Dann bist du hier genau richtig. Verhalte das Wechselgeld. Soll das ein Witz sein? Danke, reiches Häftling-Mädchen. Nichts geht über einen frischen Burger, oder? Ich rieche Futter. Das kommt aus Emmas Zelle. Oh, das ist der Hammer. Voll lecker. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Fast Food hatte. Hm, hab ich irgendwas zum Knabbern? Nichts von dem hier ist essbar. Es sei denn, ich kann mich nicht erinnern, den da gelassen zu haben. Komm zu, Mama. Ich kann dich schon riechen. Oh ja, das ist der Stoff. Ähm, was ist denn da drüben los? Die Vorstellungskraft kann ziemlich mächtig sein. Hab ich schon wieder meinen Schuh angeknabbert? Boah. Niedlich. Ja, mir fällt das immer wieder runter. So kann ich's nicht mehr benutzen. Gut, dass ich Beziehungen habe. Äh, Security? Komm mal kurz her. Willst du ein bisschen Gold verdienen? Das dachte ich mir. Aber mach schnell, okay? Ich hab da was für dich. Nagel neu. Du bist der Beste. Schau dir das Ding an. Oh, das gehört mir. Hey, psst. Hier drüben. Was? Interessiert an diesen feinen Juwelen? Schön, hä? Das ist ein Haufen Müll. Mehr kann ich nicht für dich tun. Sendet das Ding auch SMS? Ach, hätte ich nur Geld. Ein weiterer Fessel in der Nachmittag. Ist schon Essenszeit? Gott sei Dank. Mal sehen, dass sie heute aufgetischt haben. Ist das überhaupt genießbar? Ich würde das nicht mal meinem Hund geben. So was von eklig. Warte. Was hat Emma? Wow. Ich bin bereit. Heute muss japanischer Abend sein. Frisches Sushi ist meine Lieblingsspeise. Ja, das ist frisch. Ja, sieht wirklich köstlich aus. Das ist keine Dinnershow. Wache. Bye, bye. Es war gut, solange es dauerte. Hey, warte mal. Ich hab's. Ist die Wand hohl? Hier? Was ist hier? Bingo. Ha, jetzt geht's los. Hier noch ein bisschen. Wir machen Fortschritte. Und eine Sauerei. Ich bin durch. Jetzt noch einen Schritt weiter. Langsam. Ah, ich hab's geschafft. Das ist großartig. Was ist denn da drüben los? Sarah ist ausgebrochen? Wache, schnell. Das ist eher mein Geschmack. Hey, Emma. Das ist nicht okay. Ich find's toll. Hm. So gemütlich. Und ich habe auch meine Süßigkeiten. Was nehme ich? Sag niemals nein zur Schokolade. Hm. Knusprig und zart schmelzend. Blödes Wasser. Kein Wunder, dass ich nass werde. Oh ja. Das war wirklich gut. Hä? Schoko-Verpackung? Fast so gut wie der echte Riegel. Warte mal. Ich bekomme einen neuen Schirm. Lecker. Alles geschafft. Noch eine? Süß. Hä? Wahnsinn. Ich bin reich. Hey. Für eine Insassin ist das Müll, aber für die andere ist das ein Schatz. Jetzt lass es regnen. So ein Wetter mag ich. Und jetzt zum kniffligen Teil. Ich hab's was. Liebe Anwesenden, ich präsentiere den Bonbon-Regenschirm. Ist der nicht bezaubernd? Teile dieses Video mit deinen Freunden und bring sie zum Lachen. Und erinnere sie daran, sich aus Schwierigkeiten rauszuhalten. Hast du die schon gesehen? Abonniere unseren YouTube-Kanal, damit du nichts mehr verpasst. etwas воз Cabinet. Bis dann. Vielen Dank.